Servus Leute und Willkommen zu Let's Play Minecraft Einige News Und zwar ich habe ein neues Texture Pack Sieht ihr auch von dem das ist Hier vom Spex Und ja so heißt es Hier da Und ja Ich habe das runde geladen Und alles ist verlinkt wo man es runterladen kann Und ja ich habe jetzt nämlich Ihr werdet auf meinem YouTube-Kanal jetzt nur noch paar Also Minecraft Let's Play Part 1-3 sehen Weil ich nämlich da noch kein Texture Pack drin hatte Weil ich habe nämlich vorher Misa benutzt Und da ich mir nicht sicher bin Und nichts in den Regeln gefunden habe Ob man YouTube-Videos aufnehmen darf Und damit Geld verdienen darf Falls ich das irgendwann mal machen will Also Werbung schalten Bin ich lieber auf nur sicher gegangen Habe jetzt einen wirklich gefragt Wo ich nur einen Link in die Beschreibung setzen muss Und dann geht das alles klar Und ja ich würde sagen es geht jetzt weiter Weil ich habe schon aufgenommen Aber ich habe jetzt sogar schon Aufnahmen gelöscht Die ich noch nicht mal hochgeladen habe Deswegen zeige ich jetzt mal Was ich alles neu gemacht habe Ja erstmal Das war falsch Ich muss noch meinen Minecraft-Server starten Sorry Leute Starten Starten Was führen So So Jetzt geht es weiter Multiplayer Fuck Na Scheiße Ich habe es mir gekauft Und trotzdem hier Jetzt zack 2,5 2,5 1,6,4 Punkt 2,0,9 So Joint Server So Jetzt gab es ganz viele Blackscreens Weil ich immer in den Vollbildmodus wechseln muss Und ich habe noch einen Fehler entdeckt Den muss ich auch gleich ausmerzen Nein Okay Ich benne die Aufnahme In 3,2,1 Stell jetzt Fraps auf 30 FPS Und es geht weiter Wartet Äh Multiplayer Ja ich habe nicht noch die 3,8 vergessen Ich Idiot Und es geht weiter In 3,2,1 Punkt 3,8 Jetzt klappt es schon Okay Jetzt kann ich alles zeigen Aber es ist immer noch ziemlich laut Alter So Also Was haben wir neu gebaut Das mit der Mine Habt ihr auch noch nicht gesehen Also Ich habe jetzt halt weiter runter gegraben Da Habe ich ein bisschen rumgelabert Also bis jetzt bis am Badrock gekommen Also Bis es halt nicht weiter geht Haben wir uns runter gegraben Ähm Was habe ich noch gemacht Ich habe ein bisschen Weizen abge Abge Wie nennt man das Nicht abgepflanzt Gejätet Oder wie auch immer Ähm Dann habe ich hier schon mal einen Grundstein für unsere Monsterfalle gelegt Was jemand in den Kommentaren noch geschrieben hat Da habe ich schon mit angefangen Keine Sorge Da werde ich auch noch weiter bauen Sieht jetzt alles sehr interessant aus Ne Wow Was gibt es da Und Ähm Ja Ich würde sagen Wir machen einfach weiter Sonst habe ich eigentlich nichts wirklich verändert Alles beim Alten Die Mauer ist auch noch Steht noch Achso genau Oh ja Im Haus habe ich noch was geändert Als erstes habe ich Das sieht fast besser aus Wie ich sah Ich habe einen coolen Boden hier reingemacht Sieht echt schön aus Dann habe ich hier schon so einen Keller angefangen Da wird dann Ähm Ja warte mal Ich muss mal Ich weiß nämlich nicht Wow 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 Ja 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 Hier gleich mal runter So Habe ich gerade schon gewundert Ist schon nämlich wieder alles beim Alten Ja ähm Warum das hier so aussieht Das kann ich nochmal wegmachen Ich will hier überall so Kisten hin machen Weil ich weiß nämlich mit der Zeit Schafft man voll viel Zeugs ran Und immer am Ende vom Part Werde ich dann die Kisten aufräumen So jetzt werde ich als erstes Für die Fakten mal richtig anordnen Immer zwei Frei Ähm Ja wartet So Zack 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 Ja Genau Und noch hier eine So Ja ähm Ich würde sagen Dann legen wir los Ähm Mit was Was Wo machen wir weiter Ähm Ich will so vieles machen Ach Mir krabben sie einfach weiter Und reden Bissle Okay Ich muss noch auf Deutsch umstellen Options Language Ähm Deutsch Nicht dass ich kein Englisch könnte Aber hallo Warum soll ich hier immer nachdenken Steinangst Okay So Ich habe mir halt so geplant Ja ja Ich habe mir so geplant Ähm Hier so verschiedene Räume zu machen So Dann mache ich zum Beispiel ein Also da hinten ist ja die Monsterfalle Es wird ja eine geplant Wird halt bald gebaut Und ähm Dann mache ich hier so einen Eingang Für die Monsterfalle Wo man sich das Zag holen kann Ähm Ja Jetzt graben wir uns mal ein bisschen hier rein Lalalala Was ist das? Das sieht aus wie Sand Oder Gravel Okay Ich brauche eine Schaufel Also das Text-Homepack sieht echt gut aus Also nochmal ein Lob an den Hersteller Das sage ich jetzt nicht irgendwie Um mich da einzuschleihen Der kann eh kein Deutsch Aber Das ist echt geil Ohne Scheiß Mir gefällt's Cooles Sache So Stein abbauen Lalalala Lalalala Zack Und zack Lalalala Genieß ruhig Wenn ihr meine Minecraft-Videos anguckt Weil ich werde da nicht immer so viel hochladen Äh Das ist noch geil Ich bin nur in der Aufbaufase Ihr merkt's Ich lösche einfach Aufnahmen Aber Das ist halt alles noch Weil ich halt Mir gerade alles so schön aufbaue Und das hat dort halt noch ein bisschen Und jetzt ist ja auch Ich wollte ja auch eigentlich Metro 2033 Let's Plane Von THQ Aber Ähm Das wird wohl auch nix Weil Ähm Wegen Ubisoft muss ich mal gucken Es gibt halt verschiedene Planungen Und deswegen Daher wird es ja auch nix mehr weiter über andere Spiele sagen Wir reden So über Minecraft Ähm Brauch' ne Schaufel So So Ja genau Mit Erde Brauch' ich mir ne Erdschaufel Komm noch eine Ja ihr seht Ich bin hier völlig überlagert Es regnet schön Ich liebe es Wenn's regnet Fühlt man sich so im Haus geborgen Richtig schön Was könnte ich noch sagen Ja ich hatte da geplant Da hinten so eine richtige Farm aufzubauen Das heißt so ein Also so Wie soll ich das nennen So ein Hof Überdacht Und dann Äh Da drin verschiedene Äh Äh Terrarien erhalten Und Da halt verschiedene Tiere züchten Da hätt ich schon richtig Bock drauf Weil ich will es ja auch Und übertreiben hier irgendwie Keine Ahnung 5 Millionen Tiere Aber dann halt so paar Kühe Paar Hühner und so So dass es halt schön aussieht So hat halt alles noch gebaut Gerade schon wieder auf dem Server Hatte keiner Lust drauf zu kommen Oh ein bisschen Kohle 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 Da Und ich krieg wieder Erfahrung Für Steine klopfen Kohle können wir ruhig Alles einsammeln Ah Da Ach das war jetzt die Eisenspitzhacke Scheiße Ich bin gewundert Wann die so weiß Wann die andere nicht So Hier noch Kohle abbauen Was könnte man noch so sagen In dem Let's Play Minecraft Hm Ich könnte natürlich nur scheiße labern Das mach ich nicht Boah Alter Alter hab ich mich erschrocken Scheiße Alter Ich hab mich wirklich erschrocken Bei Minecraft Peinlich ischen das Also mach mit meine Kap Kür Mach mit meine Tür kaputt Scheiß Zombie Dir zeige ich's Fakt ist zwischen Schatten Schläge So die Scheiße Eingeladen zu der Party Komm hier rein So Buni Rein Rein Buni Her Mach Fuß Platz 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 So Essen Wieder rein Essen für den Hund Hier schönes verrottete Zeug Das mag der Ja 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 Ich hab dich auch lieb Ah Schluss mit Lüsch dich Wir müssen eine Monsterfalle bauen So Das ist das jetzt sagen Okay Das kann ja auch weg e Na dr Mal da M k k m das ist auch mit Absicht dass ich so zu machen dass ich denke ich werde total behinderte Mungo um toll was zum Boden Wolle wird ein bisschen viel Arbeit Stein aber auch sieben es mit Holz aus oh ja so könnte es was werden zu den Weg mit Holz genau ja ja das sieht gut aus so Dreck muss weg ah ich darf nicht pfeifen ich pfeife eigentlich manchmal gern aber im Mikro zieht das immer kacke an ja das sieht jetzt auch blöd aus aber egal das ist schon ziemlich kleiner Raum hier fällt mir grad so ein fällt mir grad echt das fällt mir echt grad so auf und ich glaub oh mein Gott scheiße wir hätten tiefer graben müssen und ich brauch was zu essen kacke ja weil das Problem schätzt jetzt sieht die Decke aus wie Erde scheiße äh hab ich denn nix zu essen Redstone Tintensack nix zu füttern doch Brot 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 jäm 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 so nochmal ja genau deswegen legt muss ich eine Farm an dass man irgendwas zu essen hat weil das verrettete Fleisch kann ich nicht essen dann würde ich sterben äh ich sterbe da nicht mal aber keine Ahnung ist halt nicht so gut aber noch einmal reicht nicht scheiße muss ich mir was holen Minze da jetzt ich denke hier das das Guamo 화를 hier hier ist klar So, wo ich das haben darf. Alter, warum hat das keinen Schaden gemacht? Ist der explodiert? Lol. Zeig bloß, ist jetzt, weil es regnet. Das ist der Oberhammer. Nur weil es regnet. Ach du Scheiße. Okay. Also nur weil es regnet, macht er keinen Schaden. Aber klar, ist ja auch Wasser. Ähm. Ja, okay, hier wurde was vernichtet. Egal, das werde ich irgendwann mal wieder korrigieren. Schneid das Haus rein. Ich werde die Tür auch bald durch eine Eisentür ersetzen. Ja. Alles was man kann. Was ist das? Hellgraue Wolle, okay. Hochmeld, hochmeld. Was ist das hier? Eisenbarren, okay. Ja. Ah, genau, was zu essen machen. Ja. Das ist jetzt erstmal eine kleine Monsterfalle. Das wird keine richtig große da hinten. Als wir jetzt noch nicht hier irgendwie Millionen von toten Zombies, Monstern erwarten. Sonst krabben wir uns einmal, zweiter hoch. Echt blöd. Das muss das natürlich, der Boden muss jetzt halt, also die Decke wird jetzt halt aus Erde sein. Kann ich auch nichts dagegen machen. Weil sonst sieht es ein bisschen unrealistisch aus, wenn das aus. Keine Ahnung, was besteht der Boden. Oder die Decke halt. Scheiß, beides sozusagen. Zum Glück ist es kein Wasser, sonst wird es jetzt so runtertropfen, es ist ja richtig kacke. Ich baue Dreck ab. Und das ist so spannend. So. Das hier ist alles schön mit Stein verkleiden. Das ist jetzt erstmal gerade nicht so wichtig, dass das jetzt alles gleich ist. Also besser gesagt, weil das ja Cleanstone ist und dann einmal dieser zerbrochene halt. Das sieht ja dann ein bisschen komisch aus. Kann ich jetzt auch nichts dafür machen. Dagegen machen. Ja, jetzt müsste ich nur gucken, wo die Monsterfalle ist. Und hier kommt dann halt, das habe ich das Zeug da ein und jetzt müsste ich nur noch gucken.